So, jetzt fahre ich Pipi machen, aber das interessiert ja keinen, ja? Das geht auch keinen Watt an. Jetzt habe ich mir Kaffee aufgesetzt, den schlürfe ich jetzt gleich. Aber was ich eigentlich sagen wollte? Guten Morgen, süßes Wesen. Hör mal, hör mal, ja, dich meine ich, wie ist deine Nacht gewesen? Und hier, hier kommt ein dicker Morgenschmatz und wünsche dir einen schönen Tag, mein Schatz.